Hallo Leute, herzukommen, aufsehen nach Sunnogaming und heute spielen wir, wie ihr sehen könnt, eine Runde euer Twaximator 2. Grüße gehen raus an, wie heißt der nochmal, Ghost, der hat nämlich mein Discord-Solver geboostet, wenn ihr auch am Anfang des Videos gegrüßt werden wollt, boostet einfach mein Discord-Solver und dann werdet ihr das, auf jeden Fall, dann werde ich das auf jeden Fall tun. So, wir fahren heute von London nach Calais, also praktisch von England ab nach Calais, um Alt-Grundstoff zu liefern. Genau, wir legen los, wir nehmen den Auftrag an und Koopala drehen uns, sobald das hier gestartet ist. So, der LKW ist erfolgreich hier, ja, ja, natürlich der Rechts-Linker, weil wir in England sind, apropos England. So, jetzt fahren wir, erstmal hier, der tatsächlich hier raus hat, das ist immer ein bisschen komisch so hier, ähm, mit dem Link, links, 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 links so 173 kilometer sind das weil das hier in diesem video schaffen man weiß es nicht ich glaube ich müsste da ein bisschen aber macht denn ich kann doch in der abschließung nehmen das tun wir auch nimm diese ausfahrt war eine kleine ausnahmsweise bleibe ich jetzt mal hier an der rote ampel stehen grün danke ihr könnt ihr gerne meinen kommentaren schreiben wie euer tag so war meiner war interessant sagt achso und joint gerne mein disco server der ist in einem links wirklich freunde dort drauf und joinen würde um die 300 member voll zu machen wiege nach links ab was nicht schief verstehe warum steht da 30 aber jetzt darf ich jetzt steht hier wieder 30 aber 48 oder halb bedeutet das 30 mph es wäre sehr interessant ich bin ja jetzt hier gerade in der innenstadt hier ist die polo 2 aber die ich und und musste ohne lieferung zurück hier kosten und war sagen und nein ich ja ich fahre ja geradeaus ich hab 1,7 millionen money hab ich auf die straße geguckt der lkw hier hat sogar zwölf dinge das macht laggy laggy übrigens in dem letzten video von eurotalken war vor 2 eventuell ein bisschen auslastet als lecker wäre möglich und ich hatte da auch einen schlechten tach ich war da nicht so ganz bei meiner sache auf jeden fall aber jetzt auf jeden fall aber ich war die jungen macht lieber aber jetzt geht doch alles so zwei stunden da brauche ich bis so lange habe ich den wahrscheinlich gerade ich habe 14.640 es ist doch geil banken müssen wir auch nicht das ist auch super dieses lenkrad das ist echt blöd macht geräusche obwohl es gar keine geräusche machen müssen oh ein heck ist da hinten gerade rausgekommen wie einem lamborghini ich habe 19.000 gemacht also unten links lese ich das gerade die ganze zeit also nicht wundern warum ich die ganze zeit irgendwas lese steht da unten links moin bus wow ja weg mit dir alter die leine du busfahrer da habe ich den wohl gerade ein bisschen getroffen das war nicht mal mit absicht ich wollte eigentlich nur vorbeifahren aber linksverkehr ist auch schreibt man in den kommentaren fahrt ihr schon ein auto also seid ihr schon 18 oder 17 vielleicht ich glaube welche die denn 17 geworden sind und einen autofahrerschein gemacht haben kannst du ja mit 16 1.5 den autofahrerschein praktisch schon machen aber doch vielleicht noch mehr an die möglichen 48 ich habe sorry naja schaden ja 48 kammer zu fahren hier muss ich wirklich ein bisschen bremsen damit ich nicht irgendwo gegenfahre ich war ja mal auf der rechten spuren besser um die kurven fahren wir sind jetzt wo ich weiß gerade dran wo wir sind in dung war ich sehe mal was heißt hier ok am kreisverkehr zweite ausfahrt nehmen ja ich weiß schon wer ist nein mit ㅋㅋㅋㅋ ihm diese ausfahrt der ausfahrt ging diese ausfahrt und weiter geht's warum ist ja wo ui da ist ja der schiff wieder diese strecke wo ich weiß wo man kann das sein hier muss ich jetzt am besten auf der anderen seite hier weil das richtige weiter rein hier um hier rum wort ist jetzt aber naja da hast du meinen platz ich sehe ihn schon ich sehe schon meinen platz ja da isa so wir fahren muss meine maus sind doch meine maus nicht und so jetzt sind wir endlich wieder in europa glaube ich ist kala ist das heißt wie man es auch immer ausspricht in europa und weiß es nicht also ich weiß es wirklich nicht ich vertausche was mir mein navigations einkommen 19.000 die bringt hier ganz viel geld für mich ja das finde ich sehr schön wir müssen hier ja nix nix passiert jetzt bin ich doch richtig ja ja schaden dabei haben jetzt hier um okay lasst uns eine neue route hier um die ja der war erwartet müssen jetzt hier die stricke ich war jetzt richtig weil wir sind ja jetzt hier auf der in germany was heißt deutschland wir sind hier irgendwo in europa aber ist was ich meine werde jetzt hier wieder links rechts ich darf mich dann um 30 warum denn warum sind diese straßen hier so schmal man kann ja hier gar nicht mit dem ekw hier man muss ja so fahren naja wie soll man denn der schreck ich jetzt nicht wenn das so ein ist moin kollege rechts halten dann ausfahrt rechts nehmen nimm die ausfahrt rechts und mal rein biege nach links ab ich habe vorfahrt kollege so ich bin gleich angekommen so ah jetzt endlich wir sind da Leute wir haben es geschafft wenn euch das video gefallen hat lasst gerne liken abo und kommentare schaut euch immer auf dem disco server vorbei der ist unten in der video schon verlinkt aktiviert die glocke damit ihr kein video mehr verpasst ähm ja tut auch mal im disco server gerne den server boosten um in den videos erwähnt zu werden habt einen traumhaft tag haut rein heute euer sandow ciao 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 Untertitelung. BR 2018